hallo herzlich willkommen zurück so wir waren in der raketenbasis und es lief eigentlich gar nicht mal so schlecht wenn ich es recht in erinnerung habe so chili geht hier runter zack zack du musst erstmal looki looki da rein gucken was da so drin ist niemand okay dann machen wir hier da scheint auch nichts zu sein aber da ist bestimmt einer drin wer macht diese geräusch der mein freund kann ja eigentlich da hoch das ist ein flachdach ich wusste doch dass sie nicht das ist ein flachdach wieder einer im sack damn oh fuck it shit yes Komm, den pustest du jetzt aber den Kopf weg hier, oder? Schwein gehabt. Was für ein Gemütze. Wo bleibt die Würde? Hm, könnte nützlich sein. Ich hab gerade was gehört. Scharwein gehabt, würde ich mal sagen. Wer macht das Geräusch? Muss passen auf. Nicht alle Soldaten dort. Wer macht das Geräusch? Perfekt. Was ist das? Ist das ein Schalter, oder was ist das? Was ist das ein VSS? Ein Gewehr. Ist das das? Nee, A ist... Ich hab's! Schaden 46. Reichweite 20. 9,39 Millimeter. Scharfstützengewehr mit einer Reichweite von 20. Ein beinahe lautloses Scharfstützenbewehr aus Russland. Mit integriertem... Blablabla Scharfstützenvisier. Große Durchschlagskraft. Feuer schnell. Kein Feuerstoß. Reparaturschwer. Aha. Ja, brauchst du nicht. Okidoki. Okidoki. Zeit, den Müll rauszubringen. Weg mit dir. Bingo! Ich hab gerade was gehört. Ja. Wir haben noch was zu erledigen. Wir haben nicht alle Bad Boys erwischt. Wer macht diese Geräusch? Weißt du was? Ich kümmere mich jetzt erstmal um die hier. Ich hab gerade was gehört. Was up? Was up? Muss fassen auf! Nicht alle Soldaten dort! Wer macht diese Geräusch? Ok, jetzt heißt es langsam vorhucken. Es ist Feind. Scheiße. Wir angreifen müssen. Äh, kriegt er den wohl? Oh, sehr gut. Auf Wiedersehen. Du! Fuck. Ich hab gerade was gehört. Ja. Fuck it. Komm, den kriegen wir. Die Sau. Es ist ein verdammtes Seizure, Mann. Das ist fast gehört, ha? Die Bad Boys sind hier. Machen wir Ihnen einen Biss in die Hülle? Schitte. Die Bad Boys. Ice? Ice, was ist los? Ice. Ja, fucker, verdammt. Au! Jetzt hab ich mich schon auf Wasser schraubt. Wasser! Fickt euch, das ist fast gehörig da. Fickt euch. Den hol ich mir später. Da komm ich wieder nicht rein. Und durchwühlen wir erstmal hier. Oh, da ist auch noch einer. Was hat diese Geräusche gemacht? Hier ist was. Da ist auch schon mal offen. Wir haben Gesellschaft. Okay, wir haben Gesellschaft. Fuck. Scheiße. Fuck it. Da ist was. Ein Wurfmesser. Könnte nützlich sein. Scheißhäuser. Zeit, den Müll rauszubringen. Na, kriegst du den? Natürlich nicht. Ja. Hab dich. Ja. Fertig verbunden. Hab ich gespeichert? Ich weiß nicht. Ja. Wir haben Gesellschaft. Ah, Quatsch. Was sagt denn? Ich mal auf Wiedersehen. Da ist was. Jep. Muss passen auf. Nicht alle Soldatinnen dort. Okay, das hätten wir. Nächsten Raum. Okay. Hier ist irgendwas. Ein Messerchen. Okay. Dann mach schon mal die Spinte hier auf, wenn wir schon mal hier sind. Kannst du natürlich nicht knacken. Wäre ja klar. Wäre ja auch zu einfach. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Okay, dann machst du die auf. 74. Ich weiß nicht, wie es läuft. Gar nicht mal so schlecht die aufkommt. 16. Hm, nice. Gar nicht mal so schlecht. Hier das gleiche, ne? So, du kommst hier mit hin. Ich wusste doch, dass sie nicht alt sind. Ja. Yes. Scheiße. Scheiße. Kannst du laut sagen, Alter. Ich wusste, dass da einer ist. Oder haben wir da hinten rumgeballert. Vielleicht haben wir den jetzt geh- Können wir den jetzt holen. Ich vergessen. Ich schon wieder vergessen. Was's up? Das war ein Versuch wert. Ja. Soll er eine Granate reinwerfen? Das war ein Versuch. Nee, das war ein Versuch. Nee, auch nicht. Scheiße. Können wir dich vielleicht ausräuchern? Scheißegal. Wir kümmern uns jetzt um den anderen. Ich hab gar nichts gehabt. Zeig dir, den Müll rauszubringen. Reinschritt. So, du schleichst dich jetzt hier hinten ran. Ja, wir haben das hier geschafft. Fuck. Fuck. Yep. Yep. Nein. Jetzt vielleicht. Ein Schuss. Wow. Das war nix. Dynamo. Was machen wir? Ich hab gerade was gehört. Da ist was. Die sind jetzt ganz schön knifflig, die letzten paar hier. Ich hab gerade was gehört. Zeit, den Müll rauszubringen. Auf dem Dach. Sehr gut. Bingo. Oh nein. Halt. 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 Scheiße. Ja. Ja. Wir müssen unsere Augen offen halten nach denen, die noch übrig sind. Ich hab gerade was gehört. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, sehr gut. Huuu. Geschafft. Hier ist irgendwas. Wir haben Gesellschaft. Schade. Hätte ja klappt haben. Ja. Wir haben Gesellschaft. Hey, der war eben da. Jetzt spawnt der da. Was ist das für ein blöder Wichser? Was ist das? Zeit, den Müll rauszubringen. Wollen wir jetzt hier hochgehen? Ja. Ah, doch. Kriegt er. Ah. Sehr gut. Cool. Das will ich mir näher ansehen. Die Drenners Scherken sind immer noch in der Nähe. Ich würde nicht ruhen, ehe sie nicht alle ausrediert haben. Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, jetzt hier. Was wir hier alles vollbracht haben. Jep. Muss passen auf. Nicht alle Soldaten dort. Okay. Jetzt geht's um die Wurst. Den letzten da ran holen. Wie kriegen wir den da raus? Lassen wir das erstmal so ein bisschen verteilen. Wir haben Gesellschaft. Jawohl, Saura. Das war's. Auf Wiedersehen. Wunderprächtig. Das war's. Perfekt. Dimitri ist angeschossen. Eis nicht. Shadow auch nicht. Erstmal wird der Sunny verarztet. Und dann bist du verarztet. So. Und wir beiden. Wir gucken uns erstmal die Tür da an. Entschuldigung. All right. What? All right. What? All right. What? All right. What? Das war hier, müssen wir noch rein. Keine erste Hilfe, nix hier. Gibt's auch gar nicht. Hat keine Falle. Ganz ehrlich, irgendwie fand ich diese Raketenstellung am einfachsten anzunehmen. Okay. Irgendwie war die doch recht einfach. Könnte nützlich sein. 5,6 Millimeter. Brauchte ich die nicht für Eis? Was? Ich kann mir das nie merken. 5,45, ah ok. Technik 84, geil. Okay. Ein Gastank, ok. Also hier war auf jeden Fall sehr viel drin. Oho, oho... Oho, oho... dann haben wir alles durchsucht hier ne hier waren wir auch hier waren wir ja perfekt haben wir alles durch jetzt könnten wir auch mal das hatten wir doch schon mal ne das hatten wir doch schon mal irgendwo gefunden aber keine rüstung ne shadow shadow da zack was nimmt shadow denn mit haben wir den granatwerfer haben wir nicht ne hinkler und koch was hat denn für geile waffen hier 39 37 hinkler und koch 33 a2 was für muni 5 5 6 7 6 2 nato haben wir hier 762 nee das ist wp 762 nato 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 sehr geil nice m16 was hat die denn einfach mal so interesse halber kurz und die ist auch nicht so schlecht die m16 m16 was für muni 556 46 36 die eine ist besser zack der war da so oh granatwerfer ich glaube müssen wir uns jetzt schwer bewaffnen weil ich glaube wir haben jetzt quasi nur noch meduna richtig rakete drei vier ist das denn richtig 40 millimeter granate oder brauche ich mehr sage ich das dafür ich weiß es gerade gar nicht schenk komm scheiß drauf die brauchst du eh nicht arzt koffer hat er noch aber kann ich ja tauschen der ist noch voll erste hilfe kasten noch ein erste hilfe kasten die hier waren bräunig alkohol auch nicht scheiße kann werkzeugkoffer ne scheiße hätte ich eben reparieren können aber wir brauchen ja eigentlich jetzt nur noch hier alles aufdecken und dann geht es nach meduna ah orta müssen wir nach was war denn in orta nochmal keine ahnung ja auf nach orta würde ich sagen aber erst mal müssen wir hier training milize jo milize ausbilden so inzwischen jetzt gibt es wieder ärger hallo elliot ich fange wirklich an mich von unseren kleinen treffen zu fürchten es tut mir leid das zu hören eure majestät ich möchte euch nur über den fortschritt unserer tropen auf dem laufenden halbieren und über welche fortschritte können sie mir berichten das zentralraketengelände ist von den söldnern eingenommen worden unsere truppen hatten nicht damit gerechnet sie haben nicht damit gerechnet elliot schwachkopf ich glaube das einfach nicht wie sollen wir einen luftangriff fliegen wenn die anderen die luftbodenraketen haben das ist das ist inakzeptabel dafür muss jemand bezahlen und das werden sie ok sie kontrollieren also alle drei dafür werden sie büßen das schwöre ich ich will jeden verfügbaren mann dort haben alle truppen restlos alle diese rebellen werden noch bereuen dass sie sich mit mir angelegt haben verlassen sie sich drauf die luftbodenraketen sind wichtig elliot machen sie meinen beratern klar dass sie diesmal besser nicht versagen falls doch wissen sie ja welche strafe sie erwartet und die fürchten sie wohl mehr als den tod ja eure hoheit da ist jemand zickig ja weiter so jetzt müssen wir noch eben ein paar elite militz ausbilden hoch eingewöhnt an führung von die t 72 nice ich spüre eine armee in der nähe oh oh pc hier dann nach Currently wertern hier das an die fähigkeiten mit 1029 37 37 37 Shadow Shadow so kann ich jetzt nichts machen was schenke ich nicht im Sektor Arzt Koffer Schenk Shadow schaffe ich das wohl noch gleichzeitig das war's Elkromina Scheiße Scheiße Nein 10 Stück Das doch ein Käse Ich hab nicht Fight boys Es bin verdammt Seizure man Das ist fast gonna hurt Let's go to heel heel fucking broken Ja Ja Hack 1-2-3-4 Ich hab grad was gehört Oh man Ich bin voll an Bluten Scheiße 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 Nei Das ist fast gehörd, hm? Und zack, zack. Sehr gut, wir haben uns nur noch einen 9. Sehr gut, wir haben uns nur noch einen 9. Gut. Oh nein! Ja? Gut. Gut. Ah! Fuck! Bingo! Da ist was! Scheiß, die Leute... Da sind wir halten! Oh nein, das kann ich heiße! Das ist fast gehörd, hm? Bad boy! Zack, verwundet. Äh, Unterbrechung für Eis. Die von da. Drei, der kann nicht mehr schießen, ne? Ah doch. Einer weniger. Fuck! Bingo! Boah, das wird richtig knapp. Ah, keine Geschicklichkeit ist runter. Nein! Ich muss neu laden! Verdammt, die Scheiße! Ich muss neu laden! Scheiße! Scheiße! Ja, das können wir ja überspringen hier, ne? Gut, äh, Training... Warte, ich weiß ja, dass die kommen, ne? Bevor ich das wieder vergesse. Ich vergesse! Ich schon wieder vergesse! Gehen jetzt erstmal alle schon mal Positionen! Da! So, du gehst da hin. Nein, das ist Dimitri. Eis. Und genau. Halt! So. So, und jetzt speichern wir einmal vorsichtshalber nochmal. Genau. Und du... Nein! Nein! Ja! Auf, auf! Schaffst du das einmal? Zack! Schenk! Komm! Eine Truppe Miliz! Komm schon! Komm schon, alter! Ich spüre ne Armee in der... Vielleicht überlebt Schenk ja jetzt. Die! Die! Ich hab ne! Die! Oh, da kommen sie! Hier, Kreischen! Okay! Ich bin verdammt sicher, Mann, dass ich was gehört habe. Ich wusste doch, dass ich ein zu weit sein könnte. Ähm. Das hat eigentlich einen Klackswert jetzt. Es ist Nacht. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.